hallo und herzlich willkommen zurück in skyrim wir stehen hier immer noch vor der akademie in winterfeste und ich habe diese krass komische maske auf die hin im verzweifelten versuch benutzen wollte hier irgendwie wieder rein zu kommen das muss ich erst mal erst mal eindämmen das ganze jetzt natürlich wieder unser hübsches diadem der schießkunst auf prinzessin sah mir so und um da reinzukommen ich hatte schon die richtige idee ich habe nachgekuchelt ich habe natürlich schon die richtige idee gehabt waren nur wieder mal nicht hartnäckig genug und zwar brauchen wir wo ist es den stab des magnus so ein zufall den mehr mal in die rechte hand und ja müssen damit dieses schild hier abbauen ja ich habe sie schon mal probiert aber muss ja wohl draufhalten wie ein bekloppt und es gibt auch einen bug dass es wohl manchmal nicht funktioniert bevor der stab komplett leer ist ja und das hoffen wir dass das jetzt nicht passiert wir müssen daran jetzt so ein bisschen rumfingern ja und wenn man stritt weg geht zieht man es auch also man darf nicht direkt ansetzen sondern muss den schritt zurückgehen so und jetzt müssen wir an carlo bezwingen offensichtlich wenn ich dem was da steht folgeleiste Tja dann ziehen wir mal los schauen wir mal an was an carlo so zu bieten hat na samir kann nicht mehr darüber springen dann müssen wir jetzt wohl wirklich bis rein gehen hier liegt eine leiche geisthafte überreste nehmen wir mal mit wie ist die hierher gekommen ich habe keine ahnung so und dann gehen wir hier ein halle der elemente auf die elements sollte schnell gehen so abgeschlossen bezwinge an carlo jetzt bin ich verwirrt ich soll habe ich nicht möglich so vielleicht muss ich ihn ja doch erst töten schießt ihm einfach mal in den kopf das machen keine magischen versuche ich habe dir in den kopf geschossen probieren wir das doch mal bitte wenden wir den stab mal auf das auge an das habe aber ich gemacht nicht du oh was passiert denn jetzt sind da solche magischen anomalien unterwegs auf einmal kann ich sie damit auch besiegen kann ich die erschießen man hat ja beim letzten mal ganz gut funktioniert eigentlich ja funktioniert auch bei diesem mal wieder ganz gut mein bogen ist besser als deine magie ich habe gedacht er bewegt sich was habe ich denn für pfeile vulkan glas pfeile sehr hübsch eigentlich viel zu hübsch um sie zu verschießen und splittern die nicht frage ich mich eigentlich schon seit ich skyrim spiele wie das mit diesem vulkan glas überhaupt funktioniert zack einer noch treffer also ich stehe zumindest auf reden die sind nur irgendwie befestigt und jetzt muss ich ihn töten tatsächlich ja wage ich bin zwar ein bisschen verplant aber ich wage es nicht getroffen vielleicht jetzt sagen wir nicht dass ich ihn nur mit magie besiegen kann oder irgend so ein mist es ist nicht mein spezialgebiet aber ich treffe ihn nicht aber er trifft mich tja naja ähm probieren wir das nochmal mit dem stab wie kann ich dich besiegen mein gute kann ich den nochmal aufs auge machen irgendwie okay verändert sich da was auch nicht wirklich ne hm müsste mir jetzt ja eigentlich magiker abziehen ne hm funktioniert nicht zu hundertprozentig magie blitz hm okay funktioniert auch nicht so wirklich ähm ich habe das gefühl ich muss hier etwas schon irgendetwas mit dem auge machen ne und jetzt muss ich dann die nächste anomalie ausschalten so wie es aussieht und das ist alles in allem ist das recht also ähm ja stressig hätte jetzt fast gesagt ist aber nicht unbedingt der richtige ausdruck auch wenn das gerade stressig ist dass der mich nebenbei so beschießt aber ich glaube ihr versteht was ich meine ist das einfach ich habe halt nicht so recht den plan was ich zu tun habe gerade ehrlich gesagt und ich weiß auch nicht ob ich gerade diese nächste anomalie beschworen habe weil ich das auge nochmal aktivieren wollte oder wie auch immer das sich hier so zuträgt weiß ich nicht oder vielleicht muss ich irgendwas tun um ihn verwundbar zu machen er muss doch ne es geht einfach durch ihn durch es geht einfach durch ihn durch so kann mir der hier helfen bei der ganzen angelegenheit was war denn das was war denn das kann ich ihn irgendwie mit dem dolch erwischen vielleicht ne ist schlichtweg nicht möglich hm 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 ok ähm schauen wir uns nochmal den Stab des Magnus an ich vermute mal dass das schon damit irgendwie geht ich lade ihn erstmal wieder auf würde ich sagen So, wir haben ja genügend Zehnensteine. Ich hoffe, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist. Was jetzt aktuell nicht so aussieht, als ob der hier irgendwas tut. Okay, dann probiere ich das nochmal. Ja, da ändert sich was. Und kann ich ihm... Jetzt kann ich ihm Damage machen. Er hat ihn mehr oder weniger unverwundbar gemacht. Das Auge, es war ja schon fast irgendwie logisch. So, er dürfte jetzt irgendwann mal keine Magiker mehr haben. Was dann im körperlichen Schaden resultieren müsste eigentlich. Wisst ihr was, das ist mir zu stressig. Wenn er jetzt verwundbar ist. Muss ich jetzt... Ah, ich muss den Dings nochmal machen. Ich frage mich, muss ich die Anomalien eigentlich unbedingt machen oder nicht? Ich glaube, die Anomalien sind notfalls da, um sich geladene Seelensteine zu holen in diesem Kampf. Wenn man den Stab des Magnus halt entlädt und keine dabei hat, braucht er den ja offensichtlich, um das hier irgendwie auf die Reihe zu kriegen. So. Und ich glaube, ich ignoriere die magischen Anomalien jetzt erstmal. Jetzt darf er das Ding halt nicht wieder aktivieren. Also er muss vorher idealerweise versterben. Ja, hat geklappt, würde ich sagen. So. Können wir einen Pfeil mitnehmen. Also, Quest. Kapisch. So, die Anomalien, da kümmern die sich jetzt drum. Das habe ich jetzt keine große Lust dazu. Die hatte nichts weiter dabei. Also eigentlich ganz logisch, nur... Ja, genau. Das sind Seelensteine drin. Nein, das ist definitiv da, um... Um da... Entschuldigung, Beno. Um sich da mit Seelensteinen zu versorgen. Ich will mal gucken, wie ich mit dem Dolch zurechtkomme gerade. So, hat funktioniert. So, wie soll ich da jetzt rankommen, bitte der Herr. So, im Sprung. Sehr schön. Gut, jetzt sollen wir hier mit Tulfti reden. Hallo, Tulfti. Ich wusste, ihr würdet es schaffen. Ja, ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Ancano ist fort. Aber was immer er mit dem Auge getan hat, dauert offenbar noch an. Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Blöd. Dann sind wir schon zu zweit. Oh, und da haben wir den Kollegen natürlich wieder. Quarren hier. Hallo. Darf ich mich dann kurz mal zu dir hindrehen? Wir wussten, dass ihr Erfolg haben würdet. Euer Sieg hier rechtfertigt unseren Glauben an euch. Ihr habt euch mehr als würdig erwiesen, die Akademie von Winterfeste zu leiten. Bitte? Woher wusste ihr denn, dass ich an Karno besiegen würde? Wir können vieles sehen, was euch verborgen bleibt. Wir haben schon lange daran geglaubt, dass ihr siegen würdet. So, was machen wir jetzt? Das Auge ist instabil geworden. Okay. Es kann nicht hierbleiben, sonst könnte es eure Akademie und diese Welt zerstören. Es muss gesichert werden. Ancanos Handlungen beweisen, dass die Welt für ein solches Ding noch nicht bereit ist. Wir werden es sichern. Zunächst einmal. Jetzt habt ihr die Gelegenheit, eure Akademie weiterzuführen und euer Leben weiterzuleben. Unser Dank gebührt euch, Erzmagier. Also, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben. Warum sollte ich jetzt... Uh, hallo. Na, wie geht's euch? Unter Orden wird eure Taten nicht vergessen. Dass ich jetzt Erzmagier sein soll, finde ich ein bisschen archiübertrieben. Ich kann halt überhaupt nicht zaubern. Bin gespannt, was die jetzt so weggebeamt. Hm. Ihr habt es geschafft. Die Akademie ist dank euch wieder sicher. Ich wusste, dass ihr das Zeug dazu hattet. Ich wage zu behaupten, dass die CJs recht haben. Meiner Meinung nach hat es niemand mehr verdient, Erzmagier zu werden. Hier, betrachtet dieses alles euer Eigentum. Und ebenso die Wohnräume des Erzmagiers. Wenn ihr ein Rad braucht, findet ihr mich hier. Oh, 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 okay. Ich soll jetzt ernsthaft Erzmagier sein? Ich habe da ein bisschen Blut auf dem Kittel. Ich habe mir da ein bisschen rumgesappert. Um Himmels Willen. Ich Erzmagier. Das ist ja überhaupt nicht mein Ding, irgendwie. Oh, alle Zauber verbrauchen 15% weniger Magiker, mehr Magiker obendrauf und schnellere Regeneration ist ja natürlich nicht schlecht. Oh, wie sieht denn das Ding aus? Also, nicht, dass ich es irgendwie permanent tragen möchte, aber einfach nur mal, einfach nur mal so der Optik halber. Äh, danke. Okay. Bitte. Oh, guck mal, jemand, ich habe die... Könnt ihr, könnt ihr womöglich Gesargo helfen? Ich hatte die zwischenzeitlichen Reinigung. Was will denn Gesargo? Es fällt schwer, es zuzugeben, aber Gesargo kann immer noch etwas Hilfe gebrauchen. Hm. Wobei denn? Gesargo hat gesehen, dass Toll-Tier euch mag. Hm. Ihr habt sicherlich große Magiefertigkeiten. Ja, glaube ich auch. Gesargo ist sehr fleißig, schafft es jedoch nicht alleine. Könnt ihr ihm helfen? Ja, und worum geht es jetzt konkret? Gesargo hat sich sehr bemüht, neue Zauberer zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Hm. Gesargo wird ein ganz besonderer Magier sein. Hm. Aber Gesargo ist so fleißig, dass er keine Zeit hat, diese neuen Zauberer auszuprobieren. Wenn ihr mir mit dem Testen helft, wird das Lernen einfacher. Gesargo, gebt euch die Schriftrollen und ihr benutzt sie und berichtet von den Ergebnissen. Hört sich doch gut an, oder? Sagt Gesargo einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Das klingt gefährlich. Naja, gib mal her. Ha, da könnt ihr nicht widerstehen, stimmt's? Ja, aber nur, weil ich dich als Begleiter haben will. Das da, glaube ich. Glaub ich. Gesargo hat das als hervorragenden Flammenmantel der besonderen Art entworfen. Der ist besonders bei Untoten stark. Okay. Hört sie im Handumdrehen ab. Gesargo gibt euch viele dieser Schriftrollen. Probiert sie aus und kommt wieder, wenn ihr sagen könnt, ob sie funktionieren. Flammenmantel hinzugefügt an Untoten aus. Okay. Gesargo wartet darauf zu hören, wie gut seine Schriftrollen wirken. Natürlich. Ich habe gerade schon wieder das Problem, dass ich nur noch gehe. Irgendwie, aber nicht mal Caps Lock aktiviert ist. Ich hasse es. Das Problem hatten wir doch schon mal, aber diesmal kann ich jetzt überhaupt nicht. Hoppala, jetzt habe ich geschrien. Jetzt habe ich auch eine Zeitlupe angemacht. Ich hält, ne? Achso, ich trage zu viel und kann nicht rennen. Das ist das Problem. Alles klar. Ich habe schon gedacht, ich kann hier wieder, also habe wieder missgebaut. Genau, das ist genau der Grund, weshalb wir hier so streng mit dem Zugang zur Akademie sind. Was braucht ihr? Genau. Ich will eigentlich nur, pass mal auf, ähm, puh. Trag mal das. Trag mal die. Jetzt sind wir beide überlastet. Aber ich kann wieder laufen. Wo waren denn jetzt nochmal die Erzmagier-Gemächer? Die wollte ich mir jetzt mal genauer angucken, nachdem das jetzt ja meine sind. Ganz allein meine. So, wo ging es denn da? Da geht es raus, Richtung Winterfeste. Das ist dieser Rundgang außenrum, genau. Vielleicht kann man das ja auf der, auf der Karte irgendwo. Okay, ähm. Jetzt fangen sie alle das Schleimen an.